Yo, ho, ho, haha, weiter geht's im Sturmbald mit Donkey. Gut. Ach, der Sturmbald, ich liebe diesen Level. Der ist schön. Schön scheiße schwer nämlich, so. Rüber. Gleich am Anfang können wir uns Ratti holen. Die sympathische Schlange. Oder Snakey, oder wie diese heißt, keiner. Ui, uau. Wie unschwer an den Blättern zu erkennen, geht hier ein ordentliches Lüftchen. Das hilft uns oder behindert uns. Kommt drauf an. So. Das Ding will ich. Car her. Und hoppala. Also, mit Ratti, oder Snakey, ach, ich weiß nicht, wie das Vieh heißt, Snakey einfach so. Geht das Ganze hier wesentlich einfacher, denn das Vieh kann halt springen wie Sau. Oh, die hat die normalen Affen halt nicht. Jepa. So, Gegenwind. Stachelfiecher. Krokod. Oh, fuck. Dies brauch ich. Der war gar nicht so einfach, der Sprung. Und ins Bonusfass. Finde die Münze. Oh, Gott. Da kommt der Bildschirm ist zu langsam dafür. Na, gleich nochmal. Yo. Und hoppala. Einfach nur noch vorne pirschen. Ja. Münze. Geht doch. Tut mir leid, aber jetzt bist du weg. Geil. Ein Dreier. Was springe ich denn, ich trottel? Ich sehe doch die Kugel kommen. Na gut. Ah, hier ist ja Gott sei Dank wieder. Oh, hier muss ich aufpassen. Die obere Kiste brauche ich. Denn die ist eine Kanonenkugel. Mal sammeln. Didi. Hör. Und rein. Gleich mal ab ins zweite Bonusnittel. Und Sterne sammeln. Hör. Nett einfach. Nett einfach. Geschafft. Und Münze Nummer 56. Meine Güte. Hier muss man aufpassen. Im richtigen Moment. wieder. Boah, na warte. Gebratet. Mach so'n Scheiß nicht. So, dich nehme ich mal mit. Nee, dich nehme ich nicht mit. Oh Gott. Es wird immer schlimmer hier. Und langsam. Oben bleiben. Mir der Didi, Dixi unbedingt Haarwirbel machen. Und die DK Münze noch mitnehmen. Und das G. Und. Hilfe. Und wenn's windstill ist, rüberschießen Leute. So, die DK Münze ging jetzt etwas schnell. Hoppala. Naja, machen wir's dann so. Okay. Hab alles in dem Level. Papageienabstürz. Boah, der Level ist krass. Hier geht's nämlich nur runter. Und ganz am Anfang nach links ist die DK Münze. Auch wieder so ne Spezialangelegenheit mit der Dixi. Unser einziger Freund in diesem Level ist der Papagei, der nicht spucken kann und auch nicht fliegen kann. Also, der kann halt nur gleiten. Er hat zwar Flügel, aber er kann sie irgendwie nicht benutzen. Keine Ahnung. So. Und wenn er kotzt, dann kann er nimmer. Ist auch schön gesagt, oder? So. Man kann das Ganze ein bisschen beschleunigen, indem man nach unten drückt, oder nach oben drückt, um sich zu verlangsamen. So. Ja. Da bin ich so hingekommen. Moment mal. Hm, keine Ahnung. Oh Gott. Ich weiß, hier irgendwo gab's noch gut versteckte Bonusfessel. In der Level. Ist nicht ohne. Hoch, zieh. Zieh hoch, zieh hoch. Oh, geschafft. Das hier zum Beispiel. Äh, finde die Münze. Ah, hier haben wir einen, der fliegen kann. Wirklich. Ja, ist jetzt aber wahnsinnig schwer gemacht, Leute. So. Ähm, der, äh, Münze. Hier muss man auch gleich wieder aufgeben. Freundvogel. Und weiter geht's. Oha. Oha. Halbzeit. Und der nächste, Papa-Dudel. Da sind wir jetzt mal wieder extrem Geschicklichkeitsspiel. Oh. Ihn ausweichen. Immer schneller. So, wird's mich ärgern, ja. an der klebrigen Masse hier mal hoch. Und da sind wir auch schon im nächsten Bonus-Level. Mach alle Gegner platt. Kein Problem. Denn wir können kotzen. Wir können Rotkrumel kotzen. Oder was auch immer das hier sein soll. So, hier wäre noch mein letzter, den haben wir schon gekillt. Und mit einem großen Knall betten wir diesen Bonus-Level. Das N. Wo das O ist? Keine Ahnung. Irgendwo habe ich es vergessen. Auch nicht schlimm. Das war eine Falle. Wir wollen natürlich ein bisschen was dazu verdienen. Yo, der war richtig knapp eben. Oh Gott, seid ihr wahnsinnig. Ich will dich mitnehmen. Oh, man weiß ja nie. Oh, scheiße. Da oben. Ich häng. Hallo, Papagei. Na, ich hänge. Ey. Ey, verdammt. Ähm, das ist jetzt witzlos. Oh. Nein, sagt mir nicht. Ich kann gar nichts machen. Weder aus dem Level raus, noch irgendwelche Aktionen durchführen. Ich werde auch nicht gekillt vom Gegnern. Na toll, wisst ihr was? Ich mache hier eine Pause, spiele das Ganze nochmal neu nach und wir sehen uns dann wieder hier an der Stelle, bis da alles los geht. Ich glaube, es ist ja echt nicht so scheiße. Wo ist denn jetzt überhaupt die Maus? Verdammt. Ich kann ja immer die Aufnahme beenden, hey. So. Ja, da sind wir wieder. Äh. Hoffentlich gehe jetzt alles klar. So. Ei, ei, ei. Ja. Ich bin an der Stelle weitergekommen. Hey. Oh, fliegender Wechsel. Aber im wahrsten Sinne. Oh Gott. Oh, durch, durch. Langsam, langsam. So. Das gehen immer noch mit. Bringt zwar nichts, aber was soll's. Na toll. Ah, okay. Und bitte. So. Damit hätten wir Papageienabstütz auch geschafft. Halt, wo geht's nicht weiter? Der nächste Level lautet Wald des Graunes. Und den gehen wir uns beim nächsten Mal. Bis denn, euer Slagsy.